Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Live-Kommentary heute mit zwei PSN-Freunden. Mit dabei der Lars-Golf-Fisch und natürlich noch der Toki-55-Salz. Die im BF-Match haben wir gestern auch schon gezockt. Ich habe gestern auch schon einen Kommentary auf der Map gemacht, habe das aber wieder live gelöscht aus Versehen. Alter, am Campen, ja. Ja, Leute, meine Waffe, die M27 angepasst und die FHJ-18a. Das war lustig. Oh Mann, das musst du in die Zukunft reinstellen, das musst du. Das musst du in die Zukunft reinstellen. Yo. Niederlage. So sieht das aus, wenn wir verloren haben. Reaktionen kochen über, weil das andere Team nur gekämpft hat. Besonders dieser Mund 2M, der hat mich auch schon erwischt. Aber dieser Agent Nurka, ah je, ah je, ich sag's euch, Agent Nurka. Das war's wieder mit dem Live-Kommentary mit Lars-Golf-Fisch und Toki-55-Salz. Ein bisschen kurz, aber ich hoffe, es war schon gewalt. Haut rein, Leute, ciao. Hallo. Ga nicht vor. Il ist doch viel'' . ент Prot sich zuway.